Vor einigen Monaten machte ich ein Video zum russischen Projekt Mein Hektar. Ein Projekt, welches den Siedlungsaufbau in unterschiedlichen Bereichen in Russland ermöglichen soll. Dadurch unter anderem gewährleisten soll, dass die Menschen auch an Land kommen. In dem Video habe ich die russische Webseite etwas zusammengefasst, ein bisschen noch meinen Senf dazugegeben und in der aktuellen Situation musste kommen, was kommen musste. Und zwar sind dann die zwei Lager aufeinander geschlagen, die Menschen pro Russland und die anderen gegen. Einige Kommentare gingen dann in die Richtung, warum ich denn eine solche positive Werbung für das Land Russland denn machen kann und demzufolge auch für das Regime. Von mehreren Leuten hörte ich oder las ich, dass sie halt sehr angetan von dieser Aktion in Russland ist. Da schrieben dann die Leute meist vom Hören oder Lesen sagen, dass man in Russland kostenlos an Land kommt und dort seine Unabhängigkeit oder seine eigene Siedlung oder seine Gemeinschaft aufbauen konnte. Und für mich klang das halt ein bisschen komisch, weil umsonst geben sie es auch nicht her. Und man hat halt immer gesagt, das kriegt man umsonst. Kann tun und lassen, was man möchte. Und das klang halt für mich ein bisschen zu sehr geschönt. Habe dann meine Mom gefragt. Sie ist ja russisch und hat Kontakt dort drüben. Freunde, Familie, die da noch leben. Hat mir dann auch dabei geholfen, diese Webseite zu finden. Und sieht halt ein bisschen anders aus, was es halt in Wirklichkeit ist. Und ich wollte halt einfach nur aufklären, dass es halt etwas anders ausschaut. Dass man sich die Grundstücke aufkaufen muss. Dass man das nicht umsonst bekommt. Dass es auch Regulierungen, Auflagen gibt. Was du machen darfst und was nicht. Und dann bürokratische Sachen sind da auch mit dabei. Gut mit der Ausnahme im hintersten Sibirien, wo du dann mit der Natur komplett konfrontiert bist. Da kann es dann sein, dass du dir die Fläche einfach schenken. Und du halt der Erste bist, der die Pionierarbeit macht. Sozusagen die Drecksarbeit. Und dann dann hier den Weg für andere öffnest. Aber da hast du halt sehr viel Aufwand. Und was ich auch in dem Video damals sagte, finde ich an sich dieses Projekt. In der Art, wie es aufgezogen ist. Dass auch die Leute und die Regierung miteinander kooperieren. Damit man den Leuten Möglichkeit gibt, ihr eigenes Ding aufbauen zu können. Siedlungen zu gründen und auch mit der Natur zu leben. Finde ich immer noch positiv und super. Und als Beispiel vorangehen, welches auch andere Länder übernehmen können. Die Hintergründe, warum das Russland jetzt in der aktuellen Zeit macht, dürften auch nachvollziehbar sein. Einerseits nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das Land komplett platt gemacht. Leute jahrelang und jahrzehntelang auch in Armut leben. Wissen nicht, wie sie weiterkommen können. Das Land halt kaputt. Und jetzt mit der Zeit versucht man es halt wieder aufzubauen. Und mehr auf Regionalität zu setzen. Den Leuten auch in der aktuellen Situation. Berauschendes Leben. Dass man denen halt da irgendwie die Möglichkeit gibt. Und natürlich auch momentan mit dem Krieg kommt das auch zugute. Dass man vielleicht eine eigene Nahrungsmittelversorgung mit hat. Dass man halt Vorräte hat. Weil das halt eines der wichtigen Bausteine ist. In vielen Regionen verdienen auch die Leute nicht sehr viel. Im Durchschnitt 600 bis 800 Euro. Und Mindestlohn ist dann glaube ich rund bei 200 Euro. Diese 600 bis 800 verdient zum Beispiel meine Tante nicht. Und da wird dann auch regelmäßig Geld zugeschoben. Zum Beispiel von ihrem Sohn oder auch ab und zu mal von uns. In den letzten Monaten sah ich dann auch sehr viele Videos von Erfahrungsberichten. Wo dann die Leute dann für eine Zeit lang in Russland gewesen sind. Und meistens war es dann Moskau und oder Sankt Petersburg. Leute die halt dann ausgewandert sind. Die dann davon berichtet haben wie schön Russland ist. Und dass es halt von den westlichen Medien falsch dargestellt worden ist. Manche sogar noch gesagt haben, dass die Russen ein kulturell hochentwickelteres Land als der Westen ist. Was ich auch sehr interessant finde. Und dass die Preise billiger sind als hier. Die Menschen sind überdurchschnittlich gastfreundlich. Und die Städte sind auch sauberer als hier in Deutschland. Oder im Westen. Diese Sichtweisen mögen ja zum Teil auch stimmen. Sind ja meist dann eher subjektiv. Und das ganze Spektrum wird ja auch nicht betrachtet. Einige Sachen sind auch ein bisschen überzogen. Es gibt dann solche Videos, die dann russische Städte zeigen. Und das sind ja die Hauptstraßen für Touristen zum Beispiel. Wo dann alles schön aufgeräumt ist. In Moskau oder in Sankt Petersburg. Wenn man dann im Westen dann irgendeine Drecksstraße, Drecksviertel nimmt. Und dann nach einer Parade, wo dann alles dreckig und schmutzig ist. Und dann das abgefilmt wird. Und dann nicht zeigt, wie das alles aufgeräumt worden ist. Also man kann halt über Social Media sehr schnell verzerrte Wahrnehmungen darstellen. Also auch in Moskau und Sankt Petersburg gibt es Schandflecken. Genau wie in jeder anderen Stadt genauso. Billige Preise sind ja auch schon was Feines. Aber man sollte sich auch da bewusst sein, dass halt die Leute in Russland geringere Lebenshaltungskosten haben. Weil sie halt auch weniger verdienen. Hier im Westen mit so einem Durchschnittsgehalt. Da verdienst du auch zwei, drei Mal so viel wie die Leute, Einheimischen vor Ort. Und wenn du dann noch ein eigenes Unternehmen hast, dann stehen dir wahrscheinlich dort alle Türen und Toren offen. Da kannst du dir auch ein schönes Leben auch leisten. Es ist das Gleiche, wenn du jetzt zum Beispiel mit 2000 Euro nach Thailand gehst. Da wirst du ja auch gefühlt ein Reicher dort drüben sein. Was ich auch dann sehr interessant finde bei diesen Erfahrungsberichten, dass dann die Leute für eine gewisse Zeit lang in Moskau oder auch in Sankt Petersburg sind. Und dann davon schwärben, wie toll Russland ist, obwohl sie halt nur in den beiden großen Hauptstädten, sage ich mal, sind. Und selbst bei mir, wo ich in der Schulzeit war und wir nach London zur Abschlussfahrt gefahren sind, da hat auch der Englische Generation uns gesagt, dass halt London nicht England ist. Es ist in jedem Land, denke ich so, hier bei uns in Deutschland. Berlin ist auch nicht Deutschland. München genauso wenig. Gibt es auch kulturelle Unterschiede. Und das ist halt das Gleiche auch in Russland. Moskau und Sankt Petersburg sind nicht Russland. Da wirst du auch nicht so viel von der verschiedenen russischen Kultur vielleicht erfahren, wie wenn du aufs Land rausgehen würdest und dort dich mal mit den Problemen und Ängsten von den Leuten auseinandersetzt. Es gibt immer noch erhebliche Unterschiede, als wenn du im Westen von Russland bist, als im Sibirien. Da ist das Leben ein bisschen anders, ein bisschen härter. Kann es dann sein, dass die Leute ein bisschen unfreundlicher sein können. Der Fokus im Land liegt halt mehr im Westen und dort werden halt die Ressourcen, das Geld auch hingezogen. Wie es halt so ist bei großen Städten. Viele Menschen, dort werden die Ressourcen hingebracht, dort wird auch das ganze Geld hingebracht. Ländliche Regionen haben es dann vielleicht ein bisschen schwieriger mit der Akkumulation. Wer wirklich das Land und die Kultur kennenlernen möchte, geht an abgelegenere Stellen, raus aufs Dorf oder aufs Land zum Beispiel, und lebt da für einige Zeit lang mit den Menschen. Workaway ist zum Beispiel das, was ich sehr gerne genutzt habe, in Costa Rica zum Beispiel, wo ich dann mit einer Tico-Familie zusammengelebt habe, was auch sehr eindrucksvoll war. Hat mich auch sehr geprägt in vielen verschiedenen Bereichen. Werde ich auch nochmal eine Anekdote in dem Video erzählen. Und da wirst du dann mit der Zeit das Land und die Kultur besser kennenlernen. Am besten über einen längeren Zeitraum, denn dann zeigt sich auch, wie die Leute wirklich sind. Denn ja, wenn du ein paar Wochen da bist oder ein Student auf Zeit, natürlich werden dir dann die Leute eher gastfreundlicher zu dir sein. Denn einerseits möchten sie vielleicht, dass du dich da wohlfühlst, dass du auch besser konsumierst, damit sie auch das Geld haben, was du dann auch mit ins Land reinbringst. Ist ja für die auch eine gute Einnahmequelle. Und vielleicht möchten sie auch das Land etwas positiver repräsentieren. Und warum sollte man denn jetzt zu einem ausländischen Fremden denn so unfreundlich sein? Die wirft ja auch ein schlechtes Licht auf die Einheimischen und auf das Image. Ich möchte ja Tourismus fördern. Außer du bist ein verbitterter Sack oder hast Traumata über Jahre hinweg erfahren, schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen bist du unfreundlich. Kann ja auch passieren. Als ich in Costa Rica war, lebte ich für drei Monate bei einer Tico-Familie zu Hause. War am Anfang sehr gastfreundlich. Bis das halt dann, wie es jetzt immer so ist, abgeflacht ist, ein bisschen zurückgegangen und dann zum Ende hin dann auch ein bisschen unfreundlicher oder auch härter gegenüber mir gewesen ist. Und dann auch gemerkt haben, dass ich nicht ganz so viel Geld zum Beispiel hatte. Meine Lebensweise auch ein bisschen komisch für die war. Und dann hat man auch gemerkt, dass dann halt das langsam auseinandergegangen ist von den Einstellungen und von den Werten her. Und habe dann mit den Wochen und Monaten dann festgestellt, dass die Freundlichkeit ein bisschen gekünstelt ist. Zum Beispiel hat man mich ein paar Wochen vor Weihnachten zum gemeinsamen Familienessen eingeladen, was für mich ein bisschen überraschend war. Dachte ich mir, okay, warum nicht? Und dann, als es dann zum Tag gekommen ist, hat man mich, ohne irgendwas zu sagen, hat mich einfach zu Hause sitzen lassen. Als ich dann von der Dusche rausgekommen bin, waren dann auf einmal alle plötzlich weg. Und ich musste dann zwangsläufig auf den Hund aufpassen. Das ist jetzt nicht die feine englische Art. Überall gibt es freundliche Menschen und auch Arschlöcher. Und da ist halt Russland keine Ausnahme. Die sind da auch nicht hochentwickelt oder kulturell fortschrittlicher als irgendwelche anderen Länder. Komm mal drauf an, was du wieder in Social Media siehst, in welcher Region du lebst und welches Framing, welchen Rahmen du halt hast. Dann kannst du halt eine unterschiedlich verzerrte Wahrnehmung haben. Aber in Russland gibt es genauso Orte, die halt von Armut betroffen sind, denen es halt nicht so gut geht. Da wo sie dann halt auch Drogen nehmen, Alkoholiker sind und es dann auch gefährlich werden. Du kannst auch die kulturell hochentwickelten Menschen testen, wenn du jetzt zum Beispiel pleite bist oder wenig Geld hast, andere Sichtweisen hast. Und dann da rüber gehst und ein Glück versuchst. Vielleicht den Leuten noch eine Konkurrenz darstellst oder dennoch auf die Tasche rumliegst. Und zusätzliche Aufwendungen wegen dir haben, dann kann sich das auch alles ziemlich schnell wenden. Das war sogar schon bei meinem Onkel so, als meine Tante, als sie von Kasachan nach Kaliningrad gegangen sind. Und mein Onkel wollte eine Hanf- und Cannabis-Farm aufbauen, hat einen Ort in der Region für Konkurrenz gesorgt. Und da wurde ihm dann schnell gesagt, dass das so nicht geht und ihm wurde auch mit dem Tod gedroht. Und väterlicherseits brauche ich gar nicht erst anfangen. Die Geschichte der Russland-Deutsche ist dann doch ziemlich dunkel und schwarz. Also Neid, Missgunst gibt es dort auch, genauso wie hier. Das unterscheidet sich nicht so. Dann braucht ihr nicht auf die Illusion reinfallen, dass die Bürokratie in Russland vielleicht besser sein sollte. Wird wahrscheinlich genauso schlimm irgendwann wie bei uns jetzt hier in Deutschland. Weil das auch ziemlich schwer ist, weil wir Deutschland, wir sind ja schon Weltmeister. Aber Bürokratie hat es halt überall auf der Welt. Die hat seine Vor- und Nachteile, regionsabhängig. Auch die Deutsche hat ihre Vorteile, von denen vielleicht andere Länder träumen können. Und wie meine Mama mir das auch erzählt hat, in Russland ist es halt genauso schlimm dort. Und anspruchsvoll in gewisser Weise. Wenn du jetzt überhaupt keine Bürokratie haben möchtest oder dich von dem ganzen Papierkampf scheust. Ja, in der Wildnis, in der Natur, im Dschungel kann man auch ein Löwen führen. Und man sollte auch die Korruption in der Justiz und der Polizei auch nicht vernachlässigen. Die haben zum Beispiel eine Verurteilungsquote von 99 Prozent. Und da kann man sich auch die Frage stellen, wie das zum Beispiel zustande kommt. Gibt da unter anderem auch Prämien für Verurteilungen, die die Polizisten und auch Anwälte, Justizbehörden da bekommen. Wer sich da in dem Land was dazu verdienen kann, der tut es halt auch in eine gewisse Weise. Das klingt halt jetzt nicht so rechtens, sag ich mal, vielleicht sehr viel auch auf Willkür basiert. Sehr viele Machtkämpfe geführt. Gibt auch da Oligarchen, die das Land ausgebotet haben. Da Machtkämpfe zwischen denen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ganz klar, da hat er dort Bürger in Kürzeren gezogen. Und da gab es dann auch sehr viele Reiche, die dann Nutznießer davon waren und jetzt auch noch die Fäden ziehen. Bei uns ist ja auch ein richtiger Trend geworden, die Regierung und auch die Behörden stark zu diskreditieren. Seine Meinungsfreiheit offen und kundzutun. Aber ganz ehrlich, so plump manchmal, wie das gemacht wird, auch hetzerisch und populistisch. Und wenn du das in Russland machen würdest, dann wärst du ziemlich schnell im Knast. Vor allem, wenn du die Regierung kritisieren würdest. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich da nicht in das Land gehen wollen würde. Weil ich glaube, wenn ich mich da äußern würde zu einigen Sachen, auch im Zug zur Natur oder so, wird vielleicht nicht gut ausgehen für mich. Knast. Wäre aber mal eine schöne Mutprobe, das mal zu machen, oder nicht? Und wahnsinnige Leute gibt es da drüben auch, wie zum Beispiel eine Journalistin, die aus Anschauungszwecken und zur Abschreckung mal nukleare Atomkörper über Sibirien abfeuern wollte. Das hat denen da auch nicht so gut gefallen in Sibirien, dass man das machen wollte. Ach ja, und nicht zu vergessen, dass sich das Land auch im Krieg befindet. Die Nutzen, die es da natürlich wieder einige wenige sind und nicht halt die Bürger auf beiden Seiten. Sonst weitere Gründe natürlich, warum für mich das Land jetzt nicht in Frage kommt, wegen dem ganzen politischen auch dort, das Regime dort und den ganzen Krieg und auch die Zustände, die es da momentan gibt, da werde ich mir wahrscheinlich überhaupt keinen Gefallen tun, ist natürlich auch die Klimazone dort, die für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Gute Gründe, warum jetzt zum Beispiel meine Eltern hier geblieben sind, sie hier was aufgebaut haben, anstatt wieder zurück nach Russland zu gehen. Die haben hier einfach ein besseres Leben, haben sich jetzt hier schon aufgebaut. Die meiste der Familie ist auch jetzt schon hier. Besserer Lebensstandard als dort drüben, weil meine Tante lebt zum Beispiel dort, die hat jetzt kein so ein Leben, wie wir es zum Beispiel haben. Die Schnauze voll hätten von dem Land, obwohl mein Vater auch pro Putin ist, dann wären sie schon längst wieder zurück, aber machen sie nicht. Selbst mein Cousin hat die Möglichkeit genutzt und ist nach Zypern ausgewandert. Und viele weitere junge Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, verlassen auch das Land. Und man sollte auch im Hinterkopf haben, dass es sowohl eine Propagandamaschine hier bei uns im Westen gibt, aber auch im Osten in Russland immer dieses gute und böse Ding. Und die haben beide die gleiche Scheiße. Da muss man immer genau hingucken, was passt und was nicht und alles. Und jetzt noch zum Abschluss zu dieser Halbaussage mit, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich das Projekt so positiv darstelle, aufgrund der Tatsache, was Russland gerade macht und mit der Liebe zur Natur, die ich habe. Und da muss man halt auch immer aufpassen, wie man Natur definiert. Wenn die Natur, wie ich sie definiere, müsste ich dann wahrscheinlich so gut wie 99% der Menschen und der Welt hassen, alle Staaten, weil sie halt auch irgendwie in einer gewissen Weise in der Natur ausbeuten, zerstören, Menschen ausgebeutet werden, Menschen mit ihren Gewohnheiten zum Beispiel, mit der Massentierhaltung auch einiges kaputt machen, mit dem Konsum, mit Verschwendungen und alles. Und natürlich auch wieder die Natur mit drunter leidet, Tiere mit drunter leiden. Wir Menschen so gut wie alle gar nicht mehr natürlich leben, sei es mit dem Essfall, Kleidung auch nicht natürlich. Einen Großteil, wie die hergestellt werden, auch Katastrophe. Elektrogeräte, die auch ich nutze. Ich fahre den Benzin auch von meinem Vater regelmäßig. Spültoiletten, auch eine reinste Katastrophe. Menschen, die Bäume fällen, weil sie dann unter Denkmalschutz, glaube ich, stehen, weil sie dann zu alt geworden sind. Und man möchte sich ja nicht die Möglichkeit nehmen lassen, einen Baum fällen zu können, wenn man es braucht. Da blutet einem schon richtig das Herz. Also mit meiner Definition von Natur und meiner Liebe zuhören, könnte es dann doch für den einen oder anderen ziemlich extrem sein.